Wie in echt halt. Aber das ist ja auch scheiße, ja. So. Das Goal ist immer noch über das fucking Becken. Ja. Komm. Naja, schon mal ein guter Anfang. Großartig. Ja, ist schon alles am Arsch. Großartig ist schlecht. Gut ist furchtbar, großartig ist scheiße und perfekt ist perfekt. Was anderes gibt es. 347. Also alles, was niemand 380 hat, ist eine Tragödie. Wenn man nicht 400 hat, kann man nicht von einem guten Try reden. Das ist einfach so. Okay. Great Artig. Scheiße. Ja. Oh oh. Naja doch, der kommt gut auf. Der hat gleich gute. Das war's. Naja. Wenn der ihn perfekt getroffen hat, ist er eine gute Rotation aufgebaut. Der wird auch scheiße. Scheiße. Sie waren beide voll krack. Ja. Dafür wird der zweite und der dritte umso besser. Ja, danke. Also schlechter geht gar nicht mehr. Die wissen halt einfach alles. Ich muss ja jetzt mal schauen. Ja. So, stell mir im Kopf voran. Gut. Gut. Ja, hat nicht genug Höhe aufgewertet. Ja, der ist auch kacke. Ich hab nicht genug Höhe gehabt. Der ist ja noch schlechter. Der war ja richtig scheiße. What? Ne, was ist das denn? Ja. Ja, wobei. Ne, das ist gut. Ah, nein. Ich hab zu früh. Ich hab zu früh. Der wär so geil gewesen. Der wär übers, übers Brett geflogen. Ist mir gut gewesen. Ja. Man. Die zweiten sind noch beschissener als die ersten. Ah. Komm, dafür muss der dritte jetzt richtig geil werden. Ja, 500 war das. Okay, unterm Brett. Auch keine Rotation. Jetzt ein bisschen. Ja, der ist aber besser auf jeden Fall. Ne. Guck mal, der... Oh, der hat schwach geändert. 354 ist auch scheiße. Ja, der hat aber Potenzial. Der, der... Ja, ich hab mehrere Perfekte zwar getroffen, aber... Der Flug war scheiße, deswegen. Ah. Nein, nein, nein. Oh, nö. Boah, der ist gut. Ja, wenigstens einen guter. Oh, da hast du am Ende nochmal 10-20 Punkte verschenkt. Jetzt hätte er auf 450 sein können. Ah, ah. Alter, ne, aber insgesamt war das nix.